. 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 Meister? Paul Bäumer? Ich möchte nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! . Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ihr habt 72 Stunden, um unsere Kondition zu akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren. . Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir wollen mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden fest! Nichts! Schließen wir Frieden. Es ist locker. Ich hab Angst vor dem Rest, komm. Warum musst du jetzt tapfer sein? Für die, die es nicht geschafft haben. . Für uns alle. . Untertitelung des ZDF, 2020